Willkommen bei Mathe mit Rick und willkommen in meiner tollen neuen Playlist Zahlenfolgen vervollständigen. Die Bitte sieht stets wie folgt aus. Führe die jeweilige Zahlenfolge logisch fort. Die Idee ist, dass wir von Video zu Video beim Voranschreiten in der Playlist immer höhere Level erreichen. Also das Niveau wird sich von Video zu Video steigern bis hin zu Zahlenfolgen, die so unfassbar schwierig sind, dass wir gar nicht wissen, wie wir die lösen sollen, aber trotzdem irgendwie hinbekommen werden. Joa, wo findet man so Zahlenfolgen? Naja, ist eine nette logische Spielerei. Worum geht es mir? Mir geht es darum, deine Skills zu trainieren, wenn es um so Strukturen erkennen, Grundmuster erkennen, logische Fertigkeiten geht. Braucht man häufig in zum Beispiel Intelligenztests, in Eignungstests. Oder wenn der Lehrer oder die Lehrerin keine Lust hat, den Unterricht vorzubereiten, dann bringt er oder sie so eine Zahlenfolge mit. Joa, wir starten heute mal mit Level 1. In einer ziemlich simplen Zahlenfolge 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 13. Die Frage ist, wie könnte man diese Zahlenfolge logisch fortführen? Naja, wir sehen, dass die Glieder dieser Zahlenfolge immer größer werden. Die Abstände zwischen diesen Gliedern sind auch immer die gleichen. Wir können also addieren. Wir können also addieren. Und zwar steht es 2. Wir würden jetzt hier, um von 1 auf 3 zu kommen, 2 addieren. 3 plus 2 ist 5. 5 plus 2 ist 7. 7 plus 2 ist 9. 9 plus 2 ist 11. 11 plus 2 ist 13. Auch im nächsten Step würden wir 2 addieren. Kommen dann auf das gesuchte Folgeglied. Und es handelt sich um die Zahl 15. Das wäre die nächste ungerade Zahl. Die Zahlenfolge besteht hier also aus allen ungeraden Zahlen, die aufsteigend hier notiert werden. Und dann weitergehen mit 17, 19 und so weiter. Level 1 also ziemlich simpel. Wenn du ein schwierigeres Niveau dir wünschst, schau mal in diesem Video vorbei. Dann machen wir gleich weiter. Lass es dir gut gehen. Schauen. Tschüss. Dein Rick.